jo leute was läuft was geht gamble julius zurück eine neue folge wir sind heute im 5 gringos casino ich habe einen abo wunsch den ich erfüllen möchte und zwar solar queen megaways ich denke das wird ein bonusball video hier heute werden schön dass ihr wieder reinschaut ich freue mich über jeden danke noch mal ich bin ein bisschen erkältet falls ihr das hört ich werde hier mal reingehen solar queen so dann schauen wir mal was es wird hier ich habe gekauft für 200 wir brauchen wir brauchen ganz viele von diesen feuerkugeln 200 ist der einsatz und mal gucken was er bringt scheinbar bisher echt schlecht wir sind heute im 5 gringos casino ok ok doch noch mal was da kommen dann auch mal ein raus jetzt schade jetzt hier ein kriegen würden wenn da ist 117 euro ist er sich schlecht aber auch nicht gut ich wollte mal testen ich werde noch mal ein bonus beim machen 200 euro 10 freirunden abfahrt solar queen jetzt hau mal ein paar mehr da rein ok ja krass wenn er mal ganz am anfang das ganze ding voll scheppert oder sieht noch schlechter aus ehrlich gesagt er kommt kurz vor ende immer 52 jetzt was raus 172 40 nice nice jetzt kommt sie noch mal ein durch und mal zwei 280 507 euro und 90 cent geil nice danke für den tipp jetzt die frage ne hole ich jetzt ein teurer komm einmal für die community mach das zu hause vielleicht nicht nach ich hole jetzt noch mal für 400 ob das so clever war komm jetzt hau ein paar rein ja ok komm schon machen wir schon ein paar mehr weil zu 2 und 3 vielleicht let's go come on ei 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 gefristieren ich sag's immer wieder ah ok 26 euro sind das nur 45 euro ok komm auch mal einen raus noch auch den letzten ok 238 euro ja war schon minusgeschäft aber ey zum glück kam da noch was ich kaufe noch mal für 200 dann schauen wir mal ja da war ein riesenpotenzial das game wenn er am anfang jetzt direkt schon genau durchziehen würde da kann man echt gut was holen der darf halt nur nicht aufhören da muss eigentlich am anfang direkt durch ballern mit den kugeln also die braucht man dann schon haben wir wollen jetzt schon ein paar mehr mal zu viel wäre angebracht oh 43 euro ok 85 bisher ja nochmal 69 154 euro auch nochmal einen raus jetzt komm 50 euro nochmal 205 euro solide ja Leute ein bisschen geleakt falls ihr auch mal zu haben wollt checkt die links in der videobesteuern vergisst nicht Glücksspiel kann süchtig machen spielt bitte nur mit dem geld was ihr überhaupt haut rein macht's gut euer GameJoy ciao so